Der Chef, unbedingt wollt ihr, dass wir ausmalen. Das kann ich verstehen. Wenn man, so wie ihr, Tag und Nacht im Büro ist, möchte man es ja gemütlich haben. Das geht's ja nicht. Aber nur weil der Höller über seinen Kopf versuch und die Wände vollspritzt, werden wir was anderes zu tun auch. Ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Es kann jedem einmal passieren, dass einem die Würstchen aufplatzt. Außerdem frage ich mich, warum gerade ich die ganzen Akten vom Stockinger mitschleppen muss. Frag dich nicht. Deswegen bin ich doch da, um euch zu helfen. Tja, man sieht's. Wir sind eh bald fertig. Lassen Sie nur ruhig Zeit, meine Herren. Wir sind mit dem Übersiedel noch lange nicht fertig. Zeit ist Geld und Geld ist Bier. Geh, Edel, gib mir die Wurst einmal rauf. Na, was ist? Geh, Edel, gib mir die Wurst. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020